moin liebe angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen session schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute findet ein köder test statt ein natur köder test beziehungsweise genau genommen eine kombination aus natur köder und oktopus wir sind hier heute versammelt im fjord da drüben haben wir übrigens die insel mit dem leuchtturm man kann ihn so erkennen wir haben da hinten den zeltplatz und wo stehen wir wir stehen auf einer ganzen reihe von verschiedenen abbrüchen ja wenn wir das jemand mal anschauen wir haben einen riesigen pulk an schrägen die wir ja gewissermaßen immer wieder aneinandergereiht finden und der tiefere punkt an dem wir gerade noch stehen beträgt rund 80 meter das heißt das ist so ein bisschen unsere zieltiefe auch da soll nach möglichkeit hoffentlich viel gehen ich habe auch schon tests am vortag gemacht es war recht interessant so dass ich sage ich probiere es auf jeden fall mal aus ob sich das auch in einer session widerspiegeln lässt die dann eben aufgezeichnet wird womit sind wir heute unterwegs das will ich euch auf jeden fall auch gerne zeigen wir haben zunächst einmal eine rasselblei montage am start die eben zweiteilig aufgestückt ist wir haben zunächst mal hier die polar hunter mit der imperial kombiniert auf 145 kilo schnur zu 136 kilo mono 4 im schock leader ein rasselblei mit 600 gramm angepasst an das wurfgewicht der rute haben wir hier als sinkhilfe sozusagen genommen als sinkhilfe und lärmmacher unter wasser dann geht es weiter mit den mundschnüren die haben wir hier auch auf 50 cm 136 kilogramm angelegt bei den squids da bin ich ein bisschen runter gegangen normalerweise haben wir immer die 23er drauf die riesenteile diesmal bin ich ein bisschen kleiner gegangen auf 16er größen mit 6 0 haken und einmal garnele als silberköder und tintenfischfleisch als maßgeblich goldköder man kann sie ja auch selber herstellen das wissen wir alle aber macht das mal vor allem in ausreichender zahl das heißt also es wird einerseits der test sein kann der spot hier aktuell liefern und zweitens wenn es liefert worauf also ich kann euch mal einen groben ausblick geben auf das was uns hier so erwartet wir haben hier im bereich tiefen rotbarsch einiges es gibt seltene fische die ich schon dran hatte es gibt platt für stehen ich schon dran hatte also es denke ich mal eine ganz gute kombination für so einen test heute und damit starten wir jetzt auch einfach mal rein wir schauen was geht ist jetzt kurz vor abend die nacht hindurch müssen wir mal gucken aber auf jeden fall danach der tag wird hoffentlich etwas aussagestärker let's go viel erfolg uns dann legen wir los würde ich sagen wir sind unten grund nähe ist erreicht schauen wir mal dass wir das ganze ein bisschen präsentieren nach ein bisschen warte zeit man kann jetzt überlegen ob man das ganze auf grund präsentieren möchte das ist denn hier haben wir überhaupt was dran leute jetzt kommt jetzt kommt gegen druck ok muss man überlegen mit dem köder ob man es einfach nur drüber hängen lässt über grund oder ob man es vielleicht dann doch bewegt beide optionen sind möglich und jetzt haben wir auch ein bisschen kürzer gewartet als erhofft das ist gut damit können wir starten gucken wir mal was jetzt hier als erstes rein steigt und vor allem wo drauf der biss ist jetzt noch nicht so weltbewegend wäre jetzt nicht so geil sehskorpion direkt zu beginn zu haben machen wir mal einen ganz gemütlichen einstieg ich hoffe er ist sehenswert wir liefern zunächst einmal einen seehecht von 1,6 kilo ok damit kann man doch mal anfangen jetzt die frage noch auf was der gegangen ist der hat sich die garnele geschnappt das schon mal gut ein punkt für den silberköder leute ordentlicher druck dran das ist gefällt mir gucken wir uns gleich mal genauer an was bist du ein lump ein lump hat sogar tintenfischfleisch genommen der rabiate klaut uns nicht nur den goldköder er ist auch noch einfach nur ein lump schäm er sich ich finde es schon mal gut dass wir in der nacht auch ein paar bisser kriegen dass das hier nicht komplett tot ist am ende bleibt halt die frage was haben wir da alles so dran was geht da alles rein nochmal seehecht ok auch wieder garnele genommen ja solider garnelen liebhaber das soll mir recht sein ok haben wir ein bisschen was zu verarbeiten was hat sie denn gebissen hier auf die garnele ok alles klar kamuschel auf kanäle ist natürlich auch mal abgefahren ok nicht mit gerechnet na gut zu wissen dass die da unten auch lebt ja passt schon hey der kleine rotbarsch ist auch da geht halt hier bis 80 meter runter da ist auch ein rotbarsch manchmal mit dabei wenn die selbst auf 55 metern gehen läuft da kommt noch mal kleiner rotbarsch der ist ein bisschen größer entscheidend haben wir gerade wohl eine population erwischt wenn man sich das so anguckt ein bisschen ein bisschen klein alles noch die könnten ein bisschen größer werden man sehe ich sie wollte rotbarsch die haben alle relativ kleine größen am start da ist jetzt die frage ist der 6 0 haken zu groß oder zu klein es kann halt auch sein dass der einfach schon zu groß ist und dadurch die kleineren fischer alle reingehen notfalls wechseln wir die noch mal ein bisschen runter unbeirrt weiter nach oben 15 meter 10 meter es gibt ja noch mal vollgas zum ende und der nächste 800 gramm also wenn das wenn das format so weiter geht dann sehe ich guten zeiten entgegen die werden gerade immer größer dann kann man der nächste wird dann wohl über ein kilo haben schauen wir mal oh warte mal was ist denn das hier wollte ich gerade nach kontrollieren jetzt auf einmal steigt mir da ein stärkerer biss ein aha das gefällt mir das gefällt mir sehr gut bleib schön dran mein freund ich möchte dich auf jeden fall mal nach oben mitnehmen guck mal hier was der für schönen druck macht wird doch wohl kein seeteufel sein oder aber auf was hat der gebissen auf was will der bitte gebissen haben höchstes zintenfisch vielleicht keine ahnung was wir da haben aber der zieht gut seewolf leute seewolf seewolf hängt dran es ist gestreift es ist 6,7 kilo schwer wunderbar jawoll der hat aber ganz schön Zug aufgebaut zwischendurch das hat mich überrascht muss ich zugeben ja ist schon ein unterschied ne perfekt so kann man weitermachen da unten ist das dein ernst bitte sag mir auf was hast du gebissen sardine auf die garnele mhm wie hat die da bitte schön reingepasst kann mir das mal jemand sagen so rotbarsch mit 900 gramm na endlich es geht weiter die nächste größe mhm ideen was wir dran haben könnten sind zwar nur noch 15 meter aber ich denke mal ja doch da unten sehe ich was ich kenne den kandidaten wir hatten schon mal so einen komm hoch mein freund sieben kilo wir haben uns sogar noch mal verbessert perfekt wir haben uns sogar noch mal verbessert mit unserem fang neue beste im kescher mit sieben kilo sehr gut die halbe der halbe zeit hier gestanden und 13 fische aber immerhin ein paar schöne dabei also optisch gefällt mir das bisher was die als sardinen und den wittling angeht da kann man drüber streiten ob man sowas braucht aber es ist zumindest ein potenzial erkennbar an der stelle und der großteil bisher hat sich auch auf garnele tatsächlich eingefunden also hier sieht man das ganz schön hier ist mal tintenfisch dazwischen aber das große ganze hier an der stelle gehe ich nehme es nochmal zurück doch garnele hält sich garnele liegt aktuell als silberköder in führung hier haben wir noch mal einen kleinen rotbarsch eine sache würde ich jetzt mit der halbzeit mal gerade noch machen wollen und zwar stelle ich jetzt nochmal um wir gehen auf doppeltintenfisch aber ich werde die haken hier an der stelle ein bisschen größer wählen ne kleiner ich wollte ja kleiner gehen warte mal twinhook 6050 gehen wir nochmal rein machen nochmal einen doppeltintenfisch dran Garnele wissen wir jetzt was das alles angelt aber tintenfisch ist so ein bisschen untergegangen meines Erachtens muss auch generell dazu sagen mit rasselbleibmontage zu angeln ist nicht unbedingt mein standard aber es sieht immer mal wieder sehr interessant aus was dabei so raus kommen kann ne also da erkennt man doch oftmals wieder dass es sich mal lohnt so da haben wir wieder was ein bisschen klein wieder irgendwie sind die fische heute nicht so groß ach kalmar schaut mal her freunde hat zwar nur 300 gramm aber maßig ist maßig freunde auf tintenfischfleisch natürlich eingestiegen sehr schön mitten im fjord einfach mal den kalmar geangelt wo der her kommt gibt es sicherlich auch noch weitere da sind wir schon wieder auf die kante aufgeschlagen die uns jetzt runter bringt in den bereich 90 meter wir rutschen so gesehen über den über die schräglage weg jawohl da ist der fisch kleinen moment länger gebraucht als sonst allöchen tiefen rotbarsch ein bisschen klein bist du geraten aber 800 gramm hast du wir sind wieder ein stück rausgerutscht aus dem bereich wir fahren wieder rüber das ist das was ich meine die gibt es hier auch auch durchaus in besseren größen aber die müssen halt erstmal unten aufspüren zwei kilo hatte ich schon mal zwischendurch also ist es auf jeden fall super farbenfroh hier dieser abschnitt im fjord selber gute fische dabei manchmal ein bisschen klein aber das kann man denke ich ausgleichen indem man das setup anpasst fühlt sich auf jeden fall nach einem richtigen weg an hier unterwegs zu sein was haben wir denn da da kommt der nächste wieder 800 gramm tiefenrotbarsch die sitzen hier unten die sitzen hier in dem loch wieder ein blauer wittling diesmal auf tintenfisch muss das denn sein ehrlich die guten tintenfisch streifen war gestern noch nicht so schlimm bin ich ehrlich komm mal her was haben wir denn hier jetzt noch mal köhler sieben kilo ok der geht auch auf tintenfischfleisch inzwischen dachte den könnten wir eventuell ausklammern aus unserer rechnung ist glaube ich aber der erste hier aktuell der sich eingefunden hat auf unser setup ja das kann man noch verschmerzen und da haben wir steinköhler mit 4 kilo auch auf tintenfisch diesmal nett den hatten wir jetzt noch gar nicht dabei gehabt zwischendurch also farbenfroh ist der kescher auf jeden fall da kann man jetzt echt nichts sagen das ist auf jeden fall bunt vertreten ich glaube da mag so ziemlich alles unseren köder aktuell könnte man versuchen ob man das noch so ein bisschen eingrenzt durch hakenverwendung und 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 aber an und für sich sieht das ordentlich aus so langsam kann der fisch aber wirklich mal rangehen hier dankeschön endlich und auch noch mal ein guter bist würde ich behaupten können wir jetzt noch mal mit anfangen ich denke danach machen wir noch einen auswurf gucken noch mal was drangeht und dann können wir auch verkaufen da ist die stunde voll und unser kescher schön bunt jetzt gucken wir erstmal was hier noch dran hängt ist das wieder ein köhler oder was hoffe nicht doch sieht aber so aus ne shellfish also hier ist wirklich alles dabei an dem spot kann man das hier nochmal sehen wir stehen nicht auf 90 metern aktuell wir sind voll an den rand geschoben ich will nochmal ran an die 90 ich will nochmal rauf auf die 90 meter hier auch wenn die windstille herrscht wir haben halt trotzdem drifter bei die uns immer mal wieder weg schiebt das u-boot hat da hinten sicherlich schwierigkeiten abzutauchen ich hole es trotzdem nochmal schnell ran für den verkauf ist es gleich wichtig dann haben wir unseren letzten fisch macht sich auch nochmal gut schwer dann haben wir hier peach schon stehen der wartet schon auf den verkauf ein bisschen über ne stund haben wir jetzt leider dann doch gebraucht zum abend hin ist es dann doch wieder etwas mit der frequenz runter gegangen wir gucken gleich mal rein so wir gucken letzter abstandsfisch letzter fisch für die sesion wir kriegen nochmal ihn rochendrön ich wusste es ist hier ich hatte anfangs als ich mal getestet habe den spot hatte ich auch schon einen war also arktischer hochen leute ist hier auch noch geht auf tintenfischfleisch Dankeschön, dass du noch reingekommen bist, echt Ich habe gehofft, dass er noch kommt Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass er doch noch ganz kurz vor knapp sich einschaltet Aber ja, das ist auf jeden Fall so der Kescher, den ich jetzt neulich, als ich mal hier gestanden und getestet habe, auch schon hatte Und ich kann es euch nur empfehlen Also die Ecke ist ganz interessant, auf Tintenfischfleisch Ich hatte jetzt mit Garnele hier vermehrt noch mal ein bisschen Kleinkram dabei Hier die Sardine und den Wittling hätte ich mir schenken können Aber ihr seht ja, der blaue Wittling geht auch auf Tintenfischstreifen hier oben Von daher, es ist schon mal ein schönes buntes Raster, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen Wir gucken mal eben schnell rein, was der Verkauf so bringt Der Rochen ist jetzt nicht riesig, zahlt aber trotzdem seine 20 Silber ein Die Silber verstützt ein bisschen Steinköhler 33, Rotbarsch 17 Also es ist jetzt nicht massiv, der Umsatz Gerade wenn man eben mit Tintenfischfleisch hier arbeitet, dann ist es wohl mehr so zum persönlichen Vergnügen Würde ich sagen, weniger zum Silberfarmen 313 Silber in einer Stunde ist jetzt nicht überzeugend erstmal Na, da sind wir ehrlich Aber Ich fand es mal schön, einfach im Fjord wieder unterwegs zu sein Und einfach mal zu gucken, was so geht Und wie gesagt, arktischen Rochen Den habe ich in letzter Zeit vermissen dürfen An anderen Spots Den hatte ich zuletzt irgendwann mal auf 80 Metern auf Endplay gefunden Und seitdem gefühlt nie wieder Also ich sag mal, wenn dann versuche ich das hier auf jeden Fall weiter in dem Bereich Da kann man ja mal reinschauen Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal